Und bis jetzt hat seine Freiheit nicht gekriegt. Und derjenige, der das aufgenommen und das steht jetzt gerade im YouTube, der ist auch noch im Gefängnis. Mein Vater, der blinden ist und geiler Glauben spielt, der ist noch dort, der ist nicht weg. Die Jungs, die mit mir diese Band mitgeteilt haben, einer hat seine Hand verloren, einer Bein. Ich selber, mein rechter Arm, ist mit einer Übertierung getroffen und er hat eine Verletzung in der rechten Hand. Für die Asylbewerber, die hier gekommen sind, die hatten zwei Möglichkeiten. Entweder sterben die dort oder sterben im Wasser. Aber sterben dort, die werden auf jeden Fall. Aber im Wasser, eventuell, kommen die irgendwann an irgendeinen Strand. Und deswegen haben wir dafür entschieden. Wenn wir uns in der Kirche befinden, können wir uns in der Kirche befinden. Lass uns in der Kirche befinden. Wenn wir uns in der Kirche befinden. Darf ich euch bitten, das ganze Licht im Saal. Aus. Richtig, dunkel. Alles. Das ist doch die Sicherheit, Licht ist es noch an. Gibt es auch in Syrien nicht. Das ist einfach zu erleben, was bedeutet Leben in Dunkelheit. Das ist nicht nur das Licht, kommt dazu Wasser, wenige Nahrungsmittel und auf jeden Fall diese Angstgefühle. Das ist auch dabei. Wenn wir uns in der Kirche befinden, können wir uns in der Kirche befinden. Es ist wie schön, dass ich hier zu Hause fühle. Nach eineinhalb Jahren fühle ich mich wirklich hier wohl. Und deswegen habe ich das bei vielen jetzt einfach gesagt, die Asylbewerber, die zu uns gekommen sind nach Deutschland, hat er jetzt ausgedrückt auf Arabisch. Jeder Asylbewerber, der herkommt, ob das aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, Eritrea, egal wo, diese Herkunft, die kommen mit ihrer eigenen Kultur. Und die dürfen auch behalten. Die schönste ist dabei, dass die Mischung und zusammen die Integration, nicht nur Integration heißt, das ist jetzt ein Satz von mir, nicht die Integration dreimonatiger Kurs. Da bin ich integriert. Das stimmt nicht. Das ist der Anfang. Integration ist ein langer Prozess. Und das müssen wir beide Seiten zusammenwachsen. Das ist der Anfang. Die Wahrheit der Menschen, die wir heute in Amerika und in Amerika sind, die die neue Räume der Welt sind. Und die Wahrheit der Menschen, die wir heute in der Telefon, die wir heute in der Telefon, sind nicht Menschen. Für die Menschheit, ich denke, das, was ist passiert mit dem letzten Wahlpräsidenten, kein Name, ich will keinen Namen nennen. Ich finde, wir drücken Ihnen die Daumen, dass er ein bisschen runter geht, dass es nicht irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, ich denke, ob er oder der Präsidentin ist, oder bevor, oder die kommenden, das waren viele in diesem Grund. Einer ist ein bisschen friedlich, und einer ist ein bisschen nicht friedlich, aber ich denke, Grund ist es fast immer die gleiche. Und einer bleibt, dass wir Frieden wollen. Die, das ist ein Schub. Die Geschichte wird das einfach schreiben, dass es Asylbewerber, die von Nahen Osten, von anderen Ländern hier gekommen sind, sind auch hier willkommen. Die Geschichte wird das einfach, was wir sehen,